Das ist die Geschichte Er wollte kaum noch leben, denn er fühlte sich leer Doch schon die Stimme von der Dame beruhigte ihn sehr Sie fragte dies und das, er fing zu reden an Und dachte, es ist nicht jemand, der zuhören kann Sie, sind sie noch dran? Sie, sind sie noch dran? Ich mach ihn wieder, leise zu ihm Und so mit der Zeit, faszinierte sich ihn Das war seine Rettung, wenn es Rettung für ihn gibt Er hat sich in ihre Telefonstimme verliehen Sie fragte dies und das, er fing zu reden an Und dachte, es ist nicht jemand, der zuhören kann Sie, sind sie noch dran? Hey, sie, sind sie noch dran? Er kaufte ihr Blumen Er schrieb sogar ein Gedicht Er musste diese Stimme sehen Doch man verstand ihn doch nicht Tut uns leid, die Dame Die hat noch keiner geküsst Weil die Dame mit der Stimme Unsere Computer gehen Ist das die neue Möglichkeit Nein, sind sie schon so weit? Sie fragte dies und das, er fing zu reden an Und dachte, es ist nicht jemand, der zuhören kann Sie, sind sie noch dran? Sie, hey sie, sind sie noch dran? Sie, hey sie, sind sie noch dran? Sie, hey sie, sind sie noch dran? Vielen Dank.